Kommandant, zunächst möchte ich Ihnen gratulieren zu diesem großen und bedeutungsvollen Sieg. Das Reich der aufgehenden Sonne gehört nun zur glücklichen Familie unserer glorreichen sozialistischen Republiken. Trotz ihrer kulturellen Zurückgebliebenheit und ihres Aberglaubens ist deren Technologie erstaunlich fortschrittlich. Dr. Selinski hat sich in ein paar ihrer Geheimnisse vertieft und er hat mit Sicherheit hochbrisanter Erkenntnisse erlangt. Dr. Selinski? Dr. Selinski? Wo ist er denn hin? Lassen wir das, wir haben noch viel zu tun. Es ist Zeit, mein Kommandant, dass wir den Alliierten den Todesstoß versetzen. Sie treffen sich mit dem Alliierten Oberbefehlshaber auf der Osterinsel und unterzeichnen einen Vertrag, der beinhaltet, dass alle militärischen Konflikte beendet werden. Ich habe Sie davon überzeugt, dass unser Volk, unsere ganze Nation einfach kriegsmüde ist und nur noch eins möchte, nämlich Frieden. Wir werden diesen Vertrag unterzeichnen, wir begegnen uns als Brüder und dann werden wir Sie zertreten. Ja, General, das ist eine Falle. Und Sie, mein Freund, sind mein Köder. Wir haben die Alliierten, soweit sie fliehen und jetzt ist die General zu Friedensverhandlungen bereit. Sie haben Schwäche gezeigt, das muss ausgenutzt werden. Fliegen Sie zu einem Treffen auf die Osterinsel und überzeugen Sie sie von unserer Ehrlichkeit. Und wenn Sie die Waffen senken und auf ihren Sieg einstoßen, schlagen wir unbarmherzig zu. Oh je, zu solchen Methoden müssen wir schon zurückgreifen. Hallo Chris. Hallo. Das klingt irgendwie ganz schön arschig, aber naja, man konnte es ja nicht anders erwarten. So. Die Alliierten nähern sich aus Südosten, um ein Abkommen mit uns zu schließen. Allerdings haben sie Befehl, sie zu vernichten. Sie müssen also zuerst zuschlagen. Ihre Befehle sind klar. Bereiten Sie einen Angriff auf die alliierten Truppen vor, die mit dem Premier verhandeln wollen. Schlagen Sie erst los, wenn Sie das Signal erhalten. Warten Sie auf weitere Befehle des Premierministers. Alles Gute für die Schlacht. Okay. Ja. Also erstmal nur, also haben wir jetzt schon Einheiten oder müssen wir erstmal uns selbst irgendwie kümmern? Schau hin. Ich dachte, du wirst das alles auswendig. Ja, wiss ich auch. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Willkommen auf der Osterinsel. Die Alliierten kommen, Kommandant. Lassen Sie die Falle zuschnappen. Neues Einsatzziel erhalten. Ja. Okay. Machen wir das mal. Das geht bestimmt nicht schief. Vielleicht funktioniert ja auch alles. Keine Ahnung, also ich kann es mir bei dem Spiel irgendwie nicht vorstellen. Also, es würde mich überraschen. So. Relativ viel auf Marineeinheiten zum Anfang gehen und Flugeinheiten. Flugeinheiten klingt immer gut. Ja, weil du das Strimblaze bauen kannst. Warte mal. Richtig. So. Weil, wenn wir Alliierte hören, da denken wir bestimmt zuerst an Flugzeugträger. Ja, denke ich fange auch an, ihre komische große Waffe. Die werden sie ja vielleicht nicht mitgebracht haben. Naja, nicht unbedingt auf dem Schiff montiert. Nee. So, da kommen die ersten Gegner. Der Botschafter kommt per Schiff. Schlagen Sie also aus dem Wasser oder der Luft zu. Na, komm schon. Ähm. Zum Anfang empfehle ich dir nicht, auf das Orbital Bombardement zu gehen, sondern auf Magnetsatelliten. Bau abgeschlossen. Okay. Jetzt wird gesammelt. Weil dann haben wir es einfach, dann brauchen wir nicht so viel töten. Jetzt wird gesammelt. Falls. Falls wir uns doch dazu entscheiden sollten, was schief gehen zu lassen. Liegt das dann eher an uns oder am Spiel? Wahrscheinlich an beiden. Muss ich dazu noch was sagen? Ach, abwarten. Oh, ich habe ja gar nicht mehr viel Zeit. Ich trödel hier noch so rum, aber... Ja, deine Basis sieht mau aus. Ja, ich könnte in der Zeit mal ein paar... Auf drei Minuten. Wird gebaut. ...Schütze aufstellen, aber so wirklich was bringen wird mir das auch nicht. Wird gebaut. Schon geht's los. Wir haben kein Geld mehr. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ich zumindest. Ich habe noch ein bisschen. So. Nee, die Mission konnte ich immer nie so wirklich leiden. Warum? Weil die irgendwie unfair ist? Oder einfach, weil sie nie so besonders spannend ist? Ja, unfair sind die meisten Missionen, weil der Computer achtet einfach nicht auf irgendwelche Sachen wie Ressourcen oder so. Das interessiert ihn einfach nicht. Nee, das geht um ganz andere Sachen, die hier dann auch kommen werden. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ja, die Missionen wäre ja zu einfach, wenn sie direkt zu Ende wäre, sobald wir diesen diplomatischen Teil erfüllt hätten. Wäre ja zu einfach. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ja, okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es zugelaufen wäre. Heben Sie eine Armee aus. Das wird gemacht. Was empfiehlst du an Marine-Einheiten? U-Worte. Ja gut, das hätte ich jetzt auch gedacht. Allerdings. Nee, U-Worte ist das Einfachste. Da kommen wir weitesten. Mit West-Ingreis halten zu wenig aus. Und, äh, naja, das wird noch jetzt dauern zu lange und sind zu teuer. Wolf-Fox lohnt sich ja nicht wirklich, weil die halt bis Flugeinheiten angreifen können. Ja, und dann ist die Marina schon abgearbeitet. Naja, wahrscheinlich. An Marine habe ich bisher wirklich nur in den allerersten Missionen so ein bisschen was mitgebaut. Wo es halt noch sein musste, ja. Und das macht halt auch irgendwie, also mir persönlich macht das auch keinen Spaß. Ich mag Marine nicht so. Also, das ist halt so, ich spiele halt auch meistens so, dass man, dass ich viel auf Lufteinheiten gehe, weil einfach Lufteinheiten können bloß von den wenigsten anderen angegriffen werden. Das ist einfach die Sache. Und ich finde die halt auch an sich irgendwie cooler. Keine Ahnung. Ich kann, kann mit sowas mehr anfangen als mit irgendwelchen Bötchen. Ja. Ein bisschen. Oh, welche Kudan. Ja. Oh Mann, keine Kohle. Geht mir auch so. Ich habe gerade mal drei Twin Blades und... Ja, das war's. Habe ich noch nicht mal. Ich habe einen Tessler-Truber. Ja, Mann. Aber wir müssen ja auch nicht direkt angreifen, oder? Oder? Ja, gucke hin. Pass auf. Der Botschafter ist da. Wir lassen uns bestätigen, dass er tatsächlich an Bord ist, bevor wir den Angriffsbefehl erteilen. Warten Sie bitte. Und da die ja alle mit Fahrzeugen angreifen, ist halt der Magnetsatellit relativ effektiv. Ich habe jetzt ein U-Boot. Krass. Kräftig. Und vier Twin Blades. Uhlala. Bereite meine Bauschleife schon mal für später vor. Ja, ich fülle einfach schon wieder einen Haufen Einheiten rein. Ja, stimmt. Keine schlechte Idee. Guten Tag, mein Freund. Eskortieren Sie uns zu unserem Treffen mit dem Premierminister? Ich fürchte nein, mein Freund. Genuschen, greift Sie an! Was schon? Sie haben uns reingelegt. Feuer frei! Nimmst du dir oben den Dings? Den Botschafter? Mit Magnetsatelliten? Ziel wählen. Warte, 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 ich bin dabei. Ich verklebe mich immer. Ja, haben. Gut, und jetzt hauptsächlich halt die Kreuzer an sich vornehmen. Also jetzt sind bloß noch drei Riptides, ne vier Riptides und ein Kreuzer übrig. Den Rest habe ich schon weg. Okay, cool. Die greifen mich natürlich an. Was ist auch anders? Und das Verbündeter wird angegriffen. Statuieren wir ein Exempel. Turmblade-Inspektion. Räumen wir auf. Den Kreuzer bitte zuerst. Reiben Sie auf. Hallo. Sprech das letzte Gebet. Was war denn jetzt? So, Mission erfüllt, wollte ich sagen. Wo sind diese Würmer? Die Befälle sind klar. Schlachtfeld erweitert. Oh. Na. War ja überhaupt nicht vorauszusehen. Nein. Dachten Sie wirklich, wir fallen auf Ihren durchschaubaren Trick rein? Wir kamen zu diesem Treffen mit geladenen und entsicherten Waffen. Oh, der Schauspieler, der ist ja cool. Den mag ich. Das ist, äh, der spielt, äh, in dem Spiel den alliierten Präsidenten. Hm. Ja, der ist echt, den mag ich. Warte mal, aus welchem Spiel ist der überhaupt? Der kommt mir so bekannt vor, aber... Hm, da fragst du mich jetzt sowas. Warte mal, den habe ich jetzt neulich erst wieder gesehen in dem... Ich glaube, wahrscheinlich auch in dem Film oder der Serie, wo man am bekanntesten geworden ist. Ja, toll. Ich habe keine Ahnung. Guck ich nicht. Gefällt mir schon mal. Ich bin gerade wieder angegriffen. Das ist halt das Schöne, wenn ich gerne die grüne Basis habe. Mich interessiert das alles im Scheiß jetzt gerade. Ha, da sind sie. Repariert. 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 Ui. Wir warten. Nähen uns Ziel. Ähm, wenn du gleich durchfliegen würdest... Müsste... Ah, jetzt kommen erst mal die Scheißdinger. Wachs welchen Boote. Ja gut, muss noch ein bisschen warten. Dann halt. Äh. Genau deswegen, wegen der... Wer auf die hier steht. Was darf es sein? Irgendwas geschehen? Irgendwas geschehen? Abgeschlossen. Ja, sehen wir da drüben nach. Unzureichende Mittel. Äh. Seht ihr etwas? Eine Einheit wird angegriffen. Hilfe. Sind eine Alarmbereitschaft. Leg dich doch fett. Kann dir nicht mal helfen. Das ist ja das Schlimme. Ich habe meine Produktionsschleife so vollgeknallt mit Zeug. Aber alles irgendwie, was wir erst hinterher brauchen. Weil ich lieber dafür schon mal eine Armee aufziehe. Jetzt kommt glaube ich sogar mal einer zu dir hinter. Boah, krass. Alter, warum habe ich ja Natascha hier. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Du mich auch. Eine Einheit wird angegriffen. Einer der hässlichsten Text in dem Spiel überhaupt. Oh ja. Als Synchronsprecher hätte ich das auch nicht gern besprochen, diese Worte. Wäre so ziemlich das Schlimmste, glaube ich. Abgeschlossen. Supermagnetischer Satellit. Supermagnetischer Satellit. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Ich kann dir ja mal einen Mikro rüber schicken. Ich will nicht viel ausrichten, aber der Wille zählt. Wir sind die Sowjetunion angeschlossen. Was es gibt, dieses Gebiet gehört uns. Oh Mann. Da habe ich ja mal direkt zu Anfang ziemlich zu tun, was ich ja sonst nicht so habe. Umzureichende Mittel. Oh, naja. Ich brauche jetzt aber mal einen Haufen Geschütze. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Die ganze Zeit, ja. Systeme online. Ich bin ehrlich, das war eine der ganz wenigen Missionen, wo ich so mal gedacht hatte. Eigentlich könnte man ja sheepen. Echt? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, weil das später. Ich habe sie auch schwer gespielt, die Kampagne. Und was hier im Anschluss noch kommt, das ist dann ziemlich heftig. Also im Prinzip gar nichts im Gegensatz zu das, was wir in Japan gemacht haben. Wo wir wellenweise die ganze Festung säubern mussten. Naja. Das war noch gar nichts gewesen im Vergleich. Sag mal, kann ich das Akula-U-Boot irgendwie reparieren? Ja, mit dem Kran. Oh Gott, der ist ja so weit weg. Dann eher nicht. Ah, den müsste ich sowieso mal umstellen, weil der da hinten ganz schön bescheiden steht. Deshalb mache ich das jetzt so mal. So. Jetzt kommt der. Mist, der steht so oder so blöd. Könntest du auch ins Wasser stellen. Jetzt steht er ziemlich am Ufer. Geht hoch. Oh, Sentry-Bomber. Die haben sie hier auch schon? Oh, Nakasha ist eingefroren. Geschlossen. Geschlossen.